Wenn ihr ein 1v1 gegen bessere Spieler spielt, findet ihr es cool, wenn die nicht ganz so ernst spielen und auch nicht jedes Tor machen, dafür auf schöne Tore gehen und euch auch ein bisschen spielen lassen? Oder wünscht ihr euch, dass die richtig ernst spielen, um euch auch mal zu testen? Dennis als Dia-Spieler hat mich zum 1 gegen 1 eingeladen, das habe ich dann auch angenommen und ich dachte mir eben genau das. Ich spiele mal chillig, ich spiele mal entspannt, mache nicht jeden Ball rein, versuche mal ein paar schöne Tore zu hüten. Ich bin kein krasser Freestyler, ich dachte mir erstmal 1 zu 0 in Führung gehen, das kann hier nicht verkehrt sein nach zwei Minuten Fummelei. Etwas später auch nochmal hier dieser Flick zum 2 zu 0, kein Wahnsinns-Tor, aber nimmt man mit. So, jetzt aber nochmal einen schönen hier, Flip-Reset geholt, aber der ist daneben und Dennis bedankt sich natürlich für die Kontermöglichkeit, kann man ihm nicht übel nehmen. Eine Gelegenheit will ich euch noch zeigen, hier mit Pre-Flip den Reset geholt und das Ding unter die Latte aber leider wieder rausgebounced. Das war's, GG, gutes Game, hat Spaß gemacht, danke Dennis fürs Mitmachen.